Willkommen zum siebten Aquacentrum H2 Booster Battle. Heute habe ich ein besonderes Schmankerl für Euch, die Hebe Hydrogen Rich Water Kanne gegen einen Gosoid Booster, dessen kompletter Name bei Amazon schon ein ganzes Video füllen würde. Im Aquacentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoff Booster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Schauen wir kurz in die besten Tabelle. Unverändert führt hier der Hydrogen H2 Go mit 2,5 parts per million Wasserstoff, vor dem Aquavolta H2 Go 2.8 mit 2,1 parts per million Wasserstoffgas. Gefolgt vom Aqualiving Paino mit 1,6 ppm gelöstem Wasserstoff. Der Gosoid Booster ist schon an der Osmosewasserfüllstation. Ich habe hier die Herstellerangaben zum Gerät für Euch. Er soll schon nach 3 Minuten 1,1 ppm Wasserstoff mit seiner PEM Zelle produziert haben. Let's see! Diese Kannengeräte kann man eigentlich nicht wirklich Booster nennen. Oben rechts habe ich Euch ein Video von Karl Heinz Asenbaum verlinkt, dort beschreibt er sehr schön, was eigentlich ein Wasserstoffbooster ist und worauf es dabei ankommt. Der Hersteller gibt an, dass diese Kanne einen Wasserstoffgehalt von bis zu 4 ppm erreichen soll und das bei einer maximalen Füllmenge von 1,7 Litern. Das ist mal eine Aussage, geht ja echt ganz schön viel rein. Laut Karl Heinz sollte man ja eher ein Gerät mit kleinerer Füllmenge bevorzugen, da der Wasserstoff recht flüchtig sein soll. Ich schließe das USB-C Kabel an die Kanne an, da ich nicht verstehe, ob dort ein Akku eingebaut ist oder nicht. Starte beide Geräte. Bei der Kanne kann ich gleich eine Laufzeit von 20 Minuten einstellen, das ist schon mal positiv. Ich starte den 20 Minuten Timer und ringfrei für den 7. Aquacentrum H2 Booster Battle. Mei, was für ein schönes Farbzusammenspiel die beiden Geräte doch darbieten, oder? Blinkendes Grün und leuchtendes Blau. Betrachten wir die Geräte mal näher. Den Goshoid muss ich alle 3 Minuten neu starten. Den Goshoid muss ich alle 3 Minuten neu starten. Bietet sich bei der Größe auch an. Sehen wir den Geräten mal bei der Produktion zu und hören dabei, was Karl Heinz uns Interessantes zu sagen hat. Wasserstoffbooster mit Dichtenverschluss können höhere Werte erzielen. In der Regel halten die Dichtungen einen Druck von bis zu 5 Bar Stand, was Werte bis zu 5 Milligramm pro Liter möglich macht. Bei Glasgefäßen entsteht aber die Gefahr des Berstens, so dass ausgereifte Systeme immer mit einem Überdruckventil ausgestattet sein sollten. Sobald ein Deckel aber dann geöffnet wird, nach der Produktion beginnt sich der Wasserstoff mehr oder weniger schnell in die Luft zu verabschieden. Deswegen ist es sinnvoll eine Behältergröße zu wählen, die nicht mehr Wasser enthält als das, was man in 10 bis 15 Minuten trinken kann. Riesige Flaschen zu verwenden ist eine Zeitverschwendung. Lieber öfter eine kleine Portion herstellen. Je kleiner das Produktionsgefäß gewählt ist, desto schneller funktioniert auch die Aufladung des Wassers mit Wasserstoff. Und damit noch ein Wort zum Zeitaufwand. Oft sieht man in der Werbung der Hersteller, dass solche Geräte in 3 oder 5 Minuten Wasserstoffwasser herstellen können. Dabei wird aber der eigentliche Vorteil eines Boosters nicht ausgereizt. Der darin besteht übersättigtes Wasserstoffwasser, also mehr als 1,6 Milligramm H2 pro Liter darzustellen. Denn selbst die besten Booster auf dem Markt brauchen für übersättigtes Wasserstoffwasser 10 bis 20 Minuten Zeit, weil sich der Innendruck im Produktionsgefäß nur sehr langsam aufbaut. Bei der Anschaffung sollte man daher einen Booster kaufen, der eine Schaltung hat, die sich nicht nach 3 oder 5 Minuten abschaltet. Sonst ist man schnell genervt, weil man andauernd wieder den Startknopf drücken muss. Genau, so wie ich. Ihr wisst ja schon, dass ich euch das ganze Video von Karl Heinz oben rechts verlinkt habe. Könnt ihr bei Gelegenheit ja mal reinschauen, da gibt es noch mehr zum Thema Wasserstoffbooster. Gleich sind die 20 Minuten Produktionszeit um. Unsere Schiedsrichterin, die Jedau Wasserstoff Testtropfen ist schon in Position gegangen, damit ich gleich den Wasserstoffgehalt ermitteln kann. Jetzt kommt unsere Schiedsrichterin zum Einsatz. Oben rechts habe ich euch noch das Video mit den Spielregeln unseres Aquacentrum H2 Booster Battle verlinkt. Die Probengläschen haben eine gelbe 6 ml Markierung. Bis dorthin befülle ich sie und träufle die Wasserstofftestflüssigkeit hinein. Jeder entfärbte Tropfen entspricht 0,1 Part per Million gelöstes Wasserstoffgas. Mein Zählroboter im Stimmbruch zählt diese. Später fasse ich die Ergebnisse nochmal für euch zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, Tja, das war's für den Gurs heute, zehn entfärbte Tropfen. Mal sehen ob die Kanne, wie versprochen, bis zu 4 ppm schafft. Same procedure as every year, Mrs. Winterbottom. Eins, eins, zwei, äh, hm, komisches Entfärbungsverhalten, hm, naja. Drei, vier, fünf, fünf? Hm, mehr gibt's wohl nicht. Seltsam, das Versprechen von bis zu 4 ppm war wohl mehr ein Versprecher. Na ja, ein Familienwasserstoffwassergenerator ist zwar nett, aber wir haben ja schon von Karl Heinz gehört, dass weniger mehr ist. Kommen wir zum Eingemachten, dem Riechkolbentest. Gibt ja so ein Spruch, ich kann dich nicht riechen. Wenn die Chemie nicht stimmt, kann man das wohl wirklich nicht. Deshalb spiele ich ein bisschen mit der Chemie und gebe etwas Salz in die Geräte. Mal riechen, was passiert. Mal riechen, sagte zu mal riechen, du, mal riechen, lass mich mal riechen. Unterließ mal riechen, mal riechen, mal riechen. Jo, Schluss mit lustig, mal riechen. Bei der Kanne rieche ich nix. Puhuhuhu, das stinkt aber, also hier stimmt die Chemie nicht. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Super, mal wieder geschafft. Hier sind die Ergebnisse des siebten Aquacentrum H2 Booster Battle. Der Gusshaut hat die vom Hersteller angegebenen 1,1 ppm selbst nach 20 Minuten nicht erreicht und die gepriesene PEM Zelle ist scheinbar auch nur ein Marketing Trick. Das ist wohl das, was man für 80 Euro erwarten kann. 1 ppm Wasserstoff in einer Chemiebrühe wie im Schwimmbad. Wäre übrigens schön, wenn die Schwimmbäder mal wieder öffnen würden. Ergo, Gusshaut disqualifiziert und ausgeschieden. Wie die Mitarbeit diversen von Hebel auf die bis zu 4 ppm Wasserstoff gekommen sind, ist mir schleierhaft. In unserem Test konnten 4 Tropfen der Wasserstoff Testflüssigkeit entfärbt werden, was 0,4 ppm Wasserstoff entspricht. Zumindest hat er eine, nein 2 ppm Zellen eingebaut, also stimmt die Chemie. Leider darf auch er beim nächsten Mal zu Hause bleiben. Zu Hause bleiben ist ja derzeit recht angesagt, deshalb mache ich diese Tests für euch. Gefällt euch das? Dann zeigt es mir doch durch einen Like. Wenn ihr es übertreiben wollt, dann abonniert doch gleich auch unseren Kanal. Beim nächsten Booster Battle sind gleich diverse Booster am Start. Seid mit mir gespannt, was dann abgeht.